Ja, herzlich willkommen wieder zurück zu Warriors Org3 Und jetzt müssen wir an bei Takenaka helfen, seine Burg bei Dongku zu verteidigen Und ja, Sima Chao haben wir geholfen, jetzt fehlt noch Hanbei Das war kein Problem, dass sie sich um den Park der Ingenheimern entzündet haben Ging Hanbei Takenaka eine Zeit zurück Seine Station war Dongku, welche der Widerstandsarmee als Basisbord haben wir haben vorher um war um zufrieden hat haben bei er oder was damit kann bei guter für den hat oder war das so was ich habe auftrag doch cool zu verteidigen wir auch machen nachdem diese in das Thema Wort gehört hatte nachdem man je nach dem Wort von oder war das Fall gehört hatte ging er, äh, raus und rettete es. Aber letztendlich, äh, war, war nicht, ähm, erfolgreich und Donku, äh, Donku, äh, ist auch gefallen. Viel auch, sorry. Hanwei fühlte wirklich stark, dass er zurückgelassen wurde bei Donku. Und die Ergebnisse waren, äh, verschieden. Der war, es war ihm nochmal, äh, es war ja nochmal eine Chance, so offene, äh, sich nochmal zu beweisen. Da schläft einer. Oh, ich bringe euch, Gott, äh, der Gegner hat die Position bei der südlichen Cliff eingenommen. Schein, als greifen sie unsere Schiffe an. Und da ist noch, das sind noch keine Zeige von Dämonen, äh, in der Gegner Schrei. Wir müssen schnell die gegnerischen Frontlinie zerstören. Dann haben wir eine Chance, äh, die Gegner, den gegnerischen, äh, Fluss, äh, ohne Problem zu überqueren. Unsere Gegner sind Menschen, äh, willst trotzdem, sie kämpfen? Ja, wir müssen, äh, die Kontrolle in dieser Welt erlangen und, sie würden uns auch angreifen und, äh, und Gegner müssen eliminiert werden. Lass, lass, äh, lass mal losgehen und einen Blick drauf werfen. Ich spiele diesmal mit Taishisi und Noo und Kiyomase Kato. Ja, alle Missionen hier annehmen und ich denke jetzt auch Schluss. Ja, wir kamen bei Koola darf nicht sterren und haben bei Takenaka darf nicht sterren und wir müssen alle Gegner killen. Das, wir sind mit Überzahl und sieht ziemlich schildig aus. Arena, sehr epische Musik. Aus, die W3. Bombay. Rauf, Bombay. Oh, was? Da kann man, du lebst. Ich bin auch so müde. Erstmal strecken. Oh, ich bin nicht ganz sicher, was du meinst. Strecken, drecken. Ja, da, hey, hilf mal. In einer anderen Zeit vielleicht, das ist eine lange Geschichte. Oh, zu weit gestreckt. Entschuldigung. Oh, du gehst, du gehst nach Odovara-Kasse. Ah, ich hab entschieden nicht, da hin zu gehen und jetzt lass mal hier los. Jetzt hier die Einschlafe. Ist ja schon eingepennt. Na ja, kleine Mieter-Schlacht kann ich nicht, ne? Aber wenn die Schlacht beginnt, das ist taktisch unklug. Oder was meint ihr, Leute? Na ja. So, jetzt aber hier Teichichi. Der kann so eine geile Welle gemacht sein. Boah, was ist das? Kleinen Keulen, weiß ich nicht. Oh, das ist schnell die Burg-Allee. Okay, wir werden, äh, die Pins-Zahn-Höp starten. Sturm-Anger wahrscheinlich, weiß ich nicht. Oh, manche sind schon gelandet. Wir sollten die, äh, Rock-Eckel, die Feldseite nutzen. Das müsste eigentlich der Kuh verteilen, aber das war aber nicht. Wir müssen was verändern hier jetzt. Kanbei. Hanbei, sorry. Hanbei ist ja der andere, ne? Moment, sieht's gut aus für uns, sagte. Muss irgendwas passiert sein, wir müssen echt vorsichtig sein. Ich spiel jetzt hier mal runter und lande in Überraschungsangebot, hoffentlich. Jetzt sind's alle, ähm, verwirrt, weil sich mit Dräger und da und. Der, äh, dieser Wirbel, dieser Wirbelspurm da haut richtig rein. Aber ich könnte hier mal Karte umgeben. Oh nein, jetzt kommt die Feldseite und da, äh, was ich gemacht habe. Aber die, äh, das Dumme ist wir, äh, das ist unsere Strategie, aber uns schadet das auch. So lame. Und dann, äh, das ist, äh, das ist wirklich scheiße. Echt scheiße. Ich kann mich mit uns auch verletzen. Und auch, wo ich jetzt fährt und renne, schnell durch. Reit schnell durch. Reit schnell durch. Los, Epona, reite los. Hab leider keinen Mühe für dich, schneller Galoppi. Das ist, äh, das ist, äh, das ist verrückt. Ich dachte, der Sturmade wäre besser. Ha! 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 Boah, lame. Zu ihm war hier keine Unway rum. Und hier mit seiner, ich bin so, helle Bade. Und jetzt hinmal nur. Bam, die kann überhaupt nix, aber ne geile Bombe kann sich schmeißen. Bam. So, wo ist jetzt der Offizier? Hier anscheinend, ne? Oh, und kassieren kann's auch. Ah, los, Hugs. Wo kann ja mal überhaupt nix. Ah. Ah, Tyson, siehst du, ist schon der Geist. Sieh auf einen rein. Das ist ein Windstoß. Fegt sie weg. Und so, die Chachibana-Armee hat sie, äh, hier, beigetreten, ne, beigetreten. Okay, dann ist jetzt wohl die Mischung. Stopp, 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 nein, als Weg, ne? Okay, mal die Manga. Oh, ne, da oben soll ich erst mal, äh, schuldigen. Ja, wohl, geil, ist abiert, das ist auch nicht da. Ah, die Gäste sind nur verrückt, äh, Hat, äh, da G mich irgendwie ausgetrickst? Also, da G muss doch hier irgendwo sein, also, mit der Dämonen-Armee, also werden die noch irgendwo eintreffen. Steckt doch mit der im Bund. Was meint ihr? Was ist doch merkwürdig hier gerade? Bam! No, nichts kann. Dun, dun, dun. Dun, 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 dun. Nooo. Who's got them so high? Na, down. Huh, warum? Chitachibang, das ist, wird defeated, besiegt, und hier. Oh, komm, zusammen, reiß. Ich weiß noch gar nicht, okay. Und Huan Gai ist auch vielleicht schon, ja, er ist schon im Nordfang. Sie, Huan Gai, oh, kein Problem. So, hey, Huan Gai. Komm, bist du sehr, mit der Modelle. Das ist eine Art von, unter einer Art von Zauber. Down. aufgetaucht jetzt kommen hier noch feuerbälle runter greife ich das jetzt sehe ich muss schon sagen auch wenn es unsere leute gemacht haben also es ist es check das war ja da sie den alten typen neuen look verpasst hey himiko ist da und ja ein paar andere volle dämonen armee in der klasse schaus da und und geist armee ist rausgeflogen wieder gestreckt alle freiwillig sollten er gegner sagen wo man geil ist gleich gelagert wie hier zu vorbei vielleicht aber es ist ja auch für größte für was größeres zusammen wie wir das ist also der echte gegner tötet warum wir echten gegner hier sind die ganze dämonen oben schon dabei kiel hellbar eine gute reichweite wo alle dauern echt gute reichweite euer sterbt alle die kämpfen können oh drei schweinchen mein lieber muss so haben wir alle dauern und die verliebte gut ist nur angriff noch ein bisschen energie also war noch ein bisschen energie dafür da das ist ja so ein besuch abstand und haben bei mädchen muss die auch mitkommen leute passiert nicht was genial ist aber ich nicht so oft gemacht hat diese mädchen ja weiß ich das hundertprozentig kann bei uns jetzt die ja zu kommen und dann doch man noch mal schnell aus und meine großmutter noch schneller als du können vielleicht mit ihm reden ja und das ist das ziel weil dann schließt er uns das ist nicht geil dann muss handball zu ihm hinkommen und dann machen wir es schnell jetzt alles lahm und das wird heiß die 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 tausend gegner los handball überzeugt hier der will doch auf die kühlen Seite, auf dunklen Seite mit einem Bier und Kekse. So. Ha, hallo, mach doch eine Pause, können wir mal reden. Ha, das sind wir, das sind wir, das sind wir, das sind zwei, die wir nicht miteinander schwenken können. Ich dachte, wir werden mit ihr verbündet. Entschuldigung. Und, sie haben uns angeschlossen. Jetzt haben wir nicht mehr, die sind noch, ja, alle die halt Gegner waren, die Roten, haben uns angeschlossen, okay. Oh, ist das süß, sie haben eine Allianz gebildet. Warum sind die jetzt alle freundlich? Ja, Dagi so, okay, ist mir klar, ich will diese Offizier unten auch noch töten, warum nicht? Geht ja schnell. Weil hier irgendwie Kohle voll ist und die ist auch böse. Bam. Down. Ja, der Angriff ist ganz cool, aber sonst nix. Er macht wenigstens Schaden. Mist. Mist. Ja, nehme ich auch. Ah, hier mal müssen. Gegen zwei. Oh, das ist doch mal eine Explosive am nächsten. Bam. Eine Bumme beim nächsten. Alle down? Jo. Gut. Hm, hier sind nur ein paar Kristalle, okay. Nehmen wir natürlich auch mit und hier noch. Die Fahrungspunkte. Jo, alle down. Dann geht's los. Das ist euer anderen Gelb. Ähm. Na, Hanbei, brauchst mich nicht stalken. Du bist ein kleines Kind und dust, äh, der Aufsicht haben, der Aufsichtsperson. Oh, man. Hanbei, bist schon cool. Bam, bam. Oh, jetzt ist ein bisschen gut hier. Down. Tai Chi Chi. Sie schreibt mir wieder, wie ihr hier von den dreien am besten fällt. Ich fällt. Tai Chi Chi am besten wegen Gewinnstoß. Der haut nicht durch die Beine. Hier der Ex-Angriff ist auch nicht ohne. Also Tai Chi Chi ist ganz mit Abstand hier von den dreien am besten meiner Meinung nach. Und die anderen für die Beine gleich, blöd. Ich mag die bei anderen Beinen nicht sehr. Naja. Kann nicht alles gut sein in diesem Spiel. Vieles, ja, aber nicht alles. Wir freuen uns alle Charaktere. Oh, jetzt diese zwei Helden hier, okay. Schwein für dick. Das ist genug. Ja, hier ist die Erfahrung. Weiter geht's. Jo, läuft. So viel. Egal. Weiter geht's. Man überstreckt hier meinen Aufnahmen, oder? Man macht ja nichts. Jetzt geht's ja schon weiter hier. Und beide Down. Er lebt noch. Ey. Cheater. Cheater. Cheater breit. Das ist aber auch down. Das ist aber richtig da, wie die Dämoner. Naja. Ich will sicher nicht heißen. Hanson ist down, dann klasse. Das ist ein Wahnsinn hinterhalt und direkt aufs Hauptplan. So ist es halt, ob das in der Vergangenheit passiert, dass, ey, das ist halt gefallen, dass hier diese Burg, diese Burg hier gefallen ist, soll ich sagen. Ja, ich würd sagen, jetzt noch der Ati. Die Mama mit 2-Trippeln müssen. Da! Denk mal, ist down. Weiß zwar nicht. Och, müsste down sein. Bam, bam, bam. Und jetzt noch der Final Smash. Jo, down. Nice. Pical. Pical. Der spécial. Geräusch ist ganz gut. Stimmt, es wird bloß. Stimmt, es wird bloß. Sini mal herstellt. Ihr werdet zu. Da sie sich um die Hierzu so was weiselt... Für Brillanten Mann wie zum denn selbst! In Sors Drei reingefangen zu sein.. Wie peinlich. Das ist nur, weil jetzt zwei trio. das Gemeinsamt sie ist sie ist nur gegen dich halt Pünktchen 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 Schweigen aber es ist kein Grund zur Sorge weil ihr habt ihr jetzt mich hier heilzeit für uns Menschen gegen andere Menschen zu kämpfen in dieser Zeit aber ich sollte euch helfen nur um das hier diese ganzen ich könnte diesen ganzen Mist jetzt überwinden nebenbei gestellt sind worden Mistwaffen gestohlen bleiben der Mist nicht das war auch ein guter Erfolg die Frau wirklich gut oder nur zu einer Mission erfüllt beeindruckt oh neues Kostüm für Taishin N1 und für No auch nice 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 okay Leute nicht so weit sehen wir was Matao zu verteidigen hat und ja schaltet wieder ein seid dabei und ja dann bis zum nächsten Mal ich wünsche euch einen schönen Tag schönen Abend schönen Nacht wie auch immer und bis dann haut rein es wird bleibt spannend hier bei Warriors Orchie 3 bis 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 zum nächsten Mal.